Da bin ich mit und ich kann da bei seinem alten Chef, der hat ein ganz tolles Haus, direkt an der Piste im Hinterblick. Seil war wieder drin. Ja. Es stimmt. Wenn ich im Sommer bin wieder. Ja. Direkt da bei dem Lift. Also geht eine Straße hoch. Das liegt schon selbst ziemlich hoch. Ja. Manchmal kann einem da richtig die Puste wegplanen. Weil ich bin jahrelang gefahren und jetzt hält er immerhin mit so sieben, acht Freunden und dann erbarmt sich jemand für mich, weil ich bin nicht so gut, ich bin auch nicht so schlecht, aber so gut. Nee, wir wissen, ich bin Bettina. Die ist die Mutter. Ja, ja, dann geht's.